Der Herr sei mit euch und mit deinem Geistern aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Er ist ein Tier, o Herr. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Doch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe Stefan Hart gefragt, ob er nicht gerne die Predigt übernehmen würde. Er hat dankend abgelehnt oder so ähnlich. Deswegen müssen Sie sich mit mir begnügen. Ja, also wir haben das abgesprochen und es war ihm offensichtlich lieber und deswegen rede ich zu Ihnen. über diese gehörten Lesungstexte. Ist Gott mit uns oder nicht? Ist Gott mit mir oder vielleicht doch nicht? Liebe Gemeinde, ich glaube, dass sich diese Frage wahrscheinlich jeder Mensch, zumindest jeder gläubige Mensch, irgendwann einmal in seinem Leben stellt. Sicher am wenigsten diejenigen, die nicht an Gott glauben und selbst unter diesen wird es den ein oder anderen geben, geben der, wo diese Frage auf einmal aufbricht. Für die, die nicht an Gott glauben, aber für die Gott keine so große Rolle im Leben spielt, ist es vielleicht gar nicht untypisch, dass bei manchen doch in Notsituationen die Frage auftaucht, ja, wenn ich dich bräuchte, dann bist du nicht da oder ist er nicht da. Vielleicht gar nicht so selten. Aber auch bei denen, die sehr tief und fest im Glauben verwurzelt sind, gibt es Lebenssituationen, in denen auf einmal diese Frage auftaucht. Gibt es ihn überhaupt, Gott? Und wenn es ihn gibt, wo bist du so fern, mir so fremd? Interessierst du dich gar nicht für mich? Bist du doch einfach nur eine Illusion? Liebe Gemeinde, mitten in diese Fragen hinein wird uns in den heutigen Lesungstexten dieser Name geschenkt. Immanuel, Gott ist mit uns. Wie ein Anker, an dem wir uns festhalten dürfen und sollen und eingeladen sind, uns festzuhalten, gerade dann, wenn uns Gott so weit entfernt erscheint. Und dieser Name Immanuel, er ist wie eine Bestätigung, nein, wie eine Vertiefung, wie eine Weiterführung des uralten Gottes Namens Israels, Jachweh, ich bin der, ich bin da. Ja, Gott ist der, ich bin da. Aber nicht einfach nur von oben her, sondern hier in diesem Namen wird er uns gezeigt, vor Augen gestellt, als den, der hier unten mit mir ist. So wie wir ihn als Mensch gewordenen glauben. Zum ersten Mal wurde diese Verheißung, die Verheißung dieses Namens, was ja nicht nur Schall und Rauch ist, sondern Realität geworden ist, in einer Person greifbar, sichtbar, erlebbar, erfahrbar. Eine Menschen, wo wir eigentlich sagen würden, er ist gar nicht würdig, diese Verheißung empfangen zu haben und auch das typisch für alten und neuen Bund, das nach Würdigkeit gar nicht gefragt wird. Ahas, König im Südreich, in Judah um 730, regiert er ungefähr 16 Jahre. Er macht seine Aufgabe als König nicht Ehre. Er lässt es zu, er mutigt dazu hat, dass an vielen Orten seines Reiches heidnische Kulte gepflegt wurden. Von ihm wird berichtet, im zweiten Buch der Könige, dass er seinen eigenen Sohn durchs Feuer gehen lässt. Ein anderes Wort dafür, dass er sein eigenes Kind als Menschenopfer dargebracht hat für Baal, für Moloch. Er wird in seiner Bündnispolitik, um sich genehm zu machen in den politischen Feinden. Er wird den Jachwa-Altar, der im Tempel zu Jerusalem steht, auf die Seite räumen und dafür einen Götzenopferaltar, nachgebildet dem Altar im Tempel zu Damaskus, aufstellen. Und, nicht zuletzt, durch Geldzahlungen, auch aus dem Tempelschatz, wird er sich zum Vasallen des assyrischen Königs Tiglat Pelisa machen, die damalige Großmacht, der auch Israel tributpflichtig wurde. Jesaja, er ist mehr als einmal bei Ahas gewesen, um ihn zum Glauben der Väter zurückzuführen. Und noch einmal wird er zu ihm gesandt. Mit dem Angebot, er bitte ein Zeichen. Die Antwort des Ahas, sie klingt sehr demütig und fromm. Ich will keine Bitte stellen, ich will Gott nicht in Versuchung führen. Wahrscheinlich heißt es im Subtext zwischen den Zeilen, lass mich mit Gott in Ruhe, mit diesem Gott da, den du predigst. Es ist nicht mein Ding. Ich mache meine Sache ohne ihn. Aber Jesaja, er bleibt dabei. Er hat die Aufgabe, dieses Zeichen zu verkünden. Die Jungfrau im hebräischen Alma kann sowohl junge Frau wie auch Jungfrau heißen. Wie diese Verheißung in Israel verstanden wurde, das wird spätestens ein halbes Jahrtausend später in der Übersetzung dieses Wortes deutlich. In der Septuaginta, der in Alexandrien entstandenen Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische, wird hier vereindeutig Parthenos, Jungfrau. Die junge Frau, die Jungfrau, sie wird empfangen und einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns geben. 700 Jahre passiert überhaupt nichts. Diese Verheißung, sie wird nicht erfüllt. Im Gegensatz zu anderen Geburtsverheißungen, die wir kennen, im Neuen Testament Johannes, ja, im Alten Bund, Isaak, Samuel, Simson, da tritt ein, was prophezeit wird, hier nichts. Schweigen über 700 Jahre. Liebe Gemeinde, Gott lässt sich Zeit, so oft auch in unserem Leben, eine Grunderfahrung Gottes. Und dann, wie aus heiterem Himmel, über 700 Jahre später, senkt sich Immanuel, der Gott mit uns, ein in den Schoß einer jungen Frau, die, wie Matthäus berichtet, zugleich Jungfrau ist. Nie, vorher, nie nachher ist jemand Gott, ist Gott einem Menschen so nahe, so ein Gott mit dir, in dir, bei dir geworden, wie in Maria. Und dennoch, liebe Gemeinde, erfährt auch sie, Maria, Gott ferne. Dieses Paradox, dass uns Gott unendlich nahe und zugleich, unendlich fern sein kann. Wie erfährt sie es? Sie weiß um das Geheimnis, dieses letztlich nicht erklärbare Geheimnis, ihrer Empfängnis, der Empfängnis dieses Kindes. Aber sie muss schweigen. Ja, im Dorf sieht man, wie sich ihr Körper verändert. Man sieht ihre Schwangerschaft. Ja, schau an, die da tut so fromm. Und auf einmal wird getuschelt. Und Maria muss schweigen. Wem soll sie erklären, was hier geschehen ist? Und viel schlimmer. Josef erfährt natürlich auch, meine Frau, meine Verlobte, damals noch, ist schwanger. Ja, was soll er denn anderes denken, als dass Ehebruch, Untreue im Spiel ist? Und auch ihm kann sie nichts sagen. Ja, was soll sie ihm erklären? Das Kind kommt von Gott? Damit er sie nicht nur als Ehebrecherin, als Treulose ansieht, sondern auch noch als eine verrückt gewordene? Die erklären möchte, was nicht zu erklären ist, vertuschen? Ich glaube, jeder, der sich ein wenig hineinversetzt in die Situation Mariens, wird verstehen, wie dunkel es für sie war in dieser Situation. Und dann noch einmal mehr, als sie merkt, Josef, er möchte sich von ihr trennen. Sie verstoßen. Auch sie erfährt, und das ist das Glaubensparadox, das irgendwann jeder Mensch erfährt und auch Maria, Gottnähe und Gottferne zugleich. Und Josef? Zunächst einmal natürlich vollkommen irritiert über seine Frau. Das ist doch nicht möglich. Aber augenscheinlich, was soll er anderes denken? Und dann wird uns vor Augen geführt der ganze Anstand, die ganze Feinfühligkeit dieses Mannes. Im jüdischen Gesetz steht auf Ehebruch, ganz augenscheinlich Ehebruch, diese Enttäuschung, die im Raum steht, Steinigung. Und Matthäus schreibt sehr klar, er möchte sie nicht bloßstellen. Er möchte sie auch nicht verurteilen. In aller Stille, in aller Diskretion und noch einmal allem Anstand, sich von ihr trennen. Und es braucht eine göttliche Intervention, den Traum, den uns Matthäus berichtet, um ihm zu erklären, und das Unerklärliche, dass dieses Kind nicht aus einem Ehebruch, nicht aus der Treulosigkeit stammt, sondern dieses Wunder über allen Wundern. Gott hat eingegriffen in das Leben dieser Frau, in das Leben der Menschheit. Er schenkt, was kein Mensch schenken kann. Von oben senkt er sich ein in unsere Welt durch eine Frau, die bereit war, ihn zu empfangen. Aber die Irritationen, sie gehen weiter, ja, wenn das so ist, und wahrscheinlich brauchte es auch Kämpfe, um es anzunehmen. Dann soll doch Gott wenigstens für dieses Kind sorgen und uns nicht 150 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem übers Bergland schicken. Eine hochschwangere Frau. Und dann soll er uns doch vor dem Tyrannen bewahren, der dem Kind nach dem Leben trachtet, stattdessen Flucht in ein fremdes Land, fremde Sprache, fremde Menschen. Mehrere Jahre in der Fremde kann Gott sich nicht besser kümmern und seinen eigenen Sohn, den er den Menschen schenkt, auch in ihm Gottes Nähe und Gottes Ferne zugleich. Und auch Jesus wird das nicht erspart bleiben. Er dem Gott nahe war und der dem Vater nahe war wie niemand anderer. Er erfährt es am Kreuz. Vater, aber, warum hast du mich verlassen? Lässt mich allein. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine Erfahrung, die uns in allen biblischen Gestalten begegnet, in unzähligen Heiligen und eigentlich in jedem von uns. Ich denke, mehr oder weniger stark, immer wieder auch diese Phasen, diese Momente, manchmal sehr lang, der Gottesfinsternis, der Gottferne. Es zeigt, dass Gott immer auch Geheimnis ist und es lässt uns wachsen, reifen in unserem Glauben an ihn. Aber mitten in dieser Erfahrung, dieser Name, der uns geschenkt ist, angeboten ist, ihn als Halt, als Fundament, als Anker immer wieder uns geben zu lassen. Das Gefühl, dass Gott fern ist, ja, aber es zeigt nicht, was ist. Das, was ist, ist, ich bin dir nahe. Auch dann, wenn du mich nicht spürst, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich trage dich. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen und zum Schluss, ich wünsche es dir, Stefan, ich wünsche es uns allen, dass auf unseren Glaubenswegen, und jeder hat da seinen ganz eigenen, dass wir uns immer wieder daran festhalten können, Gott ist für immer in Jesus Christus der Immanuel, der Gott mit mir, der Gott mit dir, der Gott mit Stefan, der Gott mit der Familie von Stefan, der Gott mit einem jeden von uns. Amen. 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 Amen.